Hallihallo Lüchen, ich bin's wieder, euer Angelo, auch wenn ihr mich gerade nur zur Hälfte seht, aber da ich heute sehr spontan und sporadisch das Video nicht an meinem Lippie drehen kann, seht ihr mich heute halt nur mit der Hälfte meiner Haare. So, und zwar, diese Woche wieder mit meinem Thema, und zwar, wie wirken Drogen auf Testosteron, oder wie wirken die beiden Komponenten miteinander, wie auch immer. Wozu ich aber ehrlich sagen muss, diese Woche wird das Thema sehr kurz, weil ich hab keine Ahnung. Ähm, ich persönlich der Meinung bin, äh, dadurch, dass die meisten Drogen, oder beziehungsweise halt zum Beispiel sowas wie Gras, Weed, wie auch immer sich das schimpft, äh, auf pflanzlicher Basis ist, wird da wahrscheinlich eher weniger passieren. Glaube ich, profisch, für die meisten Menschen. Ähm, aber bei dem Rest kann ich definitiv nichts zu sagen, deswegen, sehr kurzes Video diese Woche. Nächste Woche habe ich hoffentlich mehr dazu zu sagen, zu dem neuen Thema, was ich euch natürlich noch nicht verrate. Euch auf jeden Fall jetzt auch einen schönen Abend. Ich verschwinde gleich ins Bett, weil ich muss morgen wieder arbeiten. Kitty sagt auch gute Nacht. Und nein, es ist nicht meine Katze, und nein, ich bin auch nicht zu Hause. Ihr kennt meine Wohnung mittlerweile. Ähm, und ja, wir sagen jetzt gute Nacht, schönen Abend noch, und bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.